So und dann kommen die drei Ressourcen so an. Das ist Quatsch irgendwie. Also irgendwie ist es Quatsch. So ich schalte mal kurz die Spiel-Dings an, damit ich da auch noch mal Stoff hinpacken kann. So also wir brauchen Wolle, wir brauchen, ja sagt er uns jetzt gerade nicht, Moment mal, wir brauchen Wolle, wir brauchen Leder, wir brauchen die fertigen Dings. So Wolle, Leder, das. Das bedeutet, wir nehmen jetzt die Greifer, die genau das rausgreifen sollen. Und zwar da, da und dahin. So der erste macht dann Wolle. Ja von mir ist auch synchronisiert mit dem, jetzt gehen wir weg. Der zweite würde dann zum Beispiel Leder rausholen und der, ja von mir ist auch synchron mit dem. Och, das nervt mich. Und der dritte, der holt dann Wolle, Leder. Was war das? Was war das dritte? Ich hab's vergessen. Ich guck nochmal. Okay, warte, was war das dritte? Achso, ja klar, die fertigen Hemden. Genau. Ah, ich sag doch, Zauberdinger gibt's doch auch noch. Mantel, Zauberding ist das. So, Hemd. So, aus den drei Sachen produzieren wir jetzt wieder. Wobei, hier kriegt er ja auch schon Wolle. Vielleicht mache ich's anders. Das war Indien und, äh, ne Logistik ist es nicht. Das war die Bänder doch um ändern. Dass sie separat laufen zu ihm hin. So, einmal das, einmal das und das dritte Band hier entlang. So, jetzt haben wir noch das Problem, wenn wir das jetzt erweitern wollen würden, sprich, dass es nicht nur einer macht, diese Sachen zu produzieren, sondern mehrere, dann haben wir ein riesen Problem. So, ich mach mal Play wieder. Ich bin mal ganz kurz weg, bin gleich wieder da und, ja, ne. Wir schauen mal, was wir dann produziert haben hier. Weil ich glaube, irgendwie Wolle haben wir grad gar nicht. Gar nicht irgendwie. Also, das hängt hier mit der Wolle irgendwie. Total. Ich weiß nicht warum. Ja, weil die kein Tierfutter kriegen. Ganz einfach. Und Leder kriegt die ganze Zeit hinten Tierfutter. Das ist blöd. Das ist ein bisschen blöde. Naja, gut. Müssen wir uns gleich drum kümmern. Also,